Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Tut das gut, mir hier mein Kerzchen mit euch anzuzünden. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder beieinander sitzen. Irgendwie gibt mir das so die Ruhe im Alltag. Wisst ihr, wenn ich weiß, dass ich gleich aufnehme, dass ich euch gleich von meinen Recherchen erzählen kann, dann tut das gut. Das wird sich immer an, als würde ich mich irgendwie mit Freunden zusammensetzen und ein bisschen quatschen. Ich hoffe, dass ihr alle einen schönen Tag soweit hattet, dass es euch gut geht. Und wenn es euch nicht so gut geht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es gibt keine schlechten Emotionen. Emotionen sind erst mal Emotionen. Und wenn die heute mal ein bisschen bockiger sind oder so, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir können einfach froh sein, dass wir überhaupt was spüren. Oder das ist auch schon mal gut. Und wenn das ihnen dann mal ein bisschen schwerer ist an einem Tag als an einem anderen, dann gehört das dazu. Denn morgen ist wieder ein neuer Tag. Ist so ein Spruch von mir. Dem ein oder anderen Fuchs von euch wird es möglicherweise schon auffallen, dass es leer ist in meinem Hintergrund. Und ja, jetzt schreit nicht auf. Ich habe noch keine Wohnung. Ich habe noch keinen Mietvertrag unterschrieben. Und trotzdem habe ich meine Sachen schon in Kisten gepackt. Ich glaube, ihr seht es gar nicht. Aber hier stapeln sich die Umzugskartons. Es ist ein bisschen naiv, den Haushalt in Kisten zu verpacken, obwohl man noch keine Wohnung in Aussicht hat. Nämlich ist so. Möglicherweise. Das könnte man mir jetzt vorwerfen. Aber ich dachte mir, dadurch manifestiere ich das Ganze. Wenn ich jetzt einfach anfange schon mal zu packen, dann muss doch bald eine Wohnung für mich einfach daherlaufen, oder? Oder? Ich habe mich letztens schon geärgert, weil ich meine ganzen Schuhe schon weggepackt habe. Also ich habe wirklich nicht weit gedacht. Aber die Verzweiflung war so groß. Und ich dachte mir, hey, wenn das Universum diesen Hilfeschrei nicht hört, dann weiß ich auch nicht. Ein weiterer kleiner Schrei geht in eure Richtung. Denn, Leute, ich habe letztens noch mal in die Statistiken geguckt. Ich dachte, wir hätten es langsam. Aber so viele von euch haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Und ich weiß, mit Konto erstellen und so, das ist manchmal, es ist umständlich. Ich verstehe das, aber das hilft total. Also ein kleiner Like, ein kleiner Kommi, ein kleines Abo oder eine Bewertung. Das pusht die ganze Sache hier auf jeden Fall voran. Und darüber würde ich mich freuen. Freunde, ich unterbreche ganz kurz, um euch den Sponsor der heutigen Folge vorzustellen. Draußen stürmt es. Es ist kalt, es ist fies, es ist nass. Oder wie man hier im Rheinland sagen würde, es ist usselisch. Da möchte man am liebsten nur auf die Couch gehen. Mit einem Kakao, mit schönen Kerzen, einer warmen Decke und einem guten Hörbuch. Das finde ich super einladen zu dieser Jahreszeit. Und zugegeben, die meiste Zeit werdet ihr mich tatsächlich auf der Couch anfinden. Und genau für solche Momente möchte ich euch eine App vorstellen. Audible. Audible hat einen riesigen Katalog an Hörbüchern und Hörspielen. Mehr als 600.000 Titel. Von Komödien über Biografien bis hin zu Krimis und Thrillern. Es ist für jeden was dabei. Ich finde, das ist das Perfekte für das Wetter draußen. Beziehungsweise für einen schönen Tag drinnen auf der Couch. Ich für meinen Teil weiß, was ich nach diesem Dreh hier mache. Aktuell verschlinge ich nämlich Passagier 23 von Sebastian Fitzek. Es ist einfach so spannend. Es geht darum, dass jedes Jahr durchschnittlich 23 Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen spurlos verschwinden. Also echt jetzt. Die sind einfach weg. Und ohne zu spoilern, es ist einfach mega spannend. Und was noch alles da passiert, ihr müsst es einfach selber hören. Mit dem Link in der Beschreibung bekommt ihr zwei Monate lang kostenlosen Hörgenuss. Danach kostet das Ganze monatlich 9,95 Euro. Kann aber jederzeit gekündigt werden. Das alles passiert problemlos. Und deswegen versucht es doch mal. Probiert es aus und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so gehört habt. Und ob ihr mir was empfehlen könnt. Ich freue mich drüber. Falls ihr übrigens ein Klopfen zwischendurch hört. Das sind keine Nachbarn, die sich über meine Musiklaugscherke beschweren. Die klingen anders. Sondern hier wird die Fassade irgendwie erneuert. Richtig. Ich hatte jetzt ja zwei Wochen lang mal keine Baustelle hier bei mir in der Nähe. Wurde eigentlich wieder Zeit, dass hier endlich mal wieder was eingerissen wird, oder? Wir brauchen uns aber gar nicht um die Kölner Fassaden hier zu kümmern. Für uns geht es jetzt nämlich nach Pennsylvania. Genauer gesagt in das Jahr 2013. Und es ist kalt. Es ist ein trüber Novembertag. Und am Morgen des 12. Guckt eine Frau aus ihrem Fenster raus. Sie lebt in der Kleinstadt Sunbury. Und rührt sich da gerade mürrisch ihren Morgenkaffee an, als sie den Blick aus ihrem Küchenfenster schweifen lässt. Und was sie dann sieht, wird sie ihr Leben lang nicht vergessen. Auf ihrem Grundstück entdeckt sie einen leblosen Körper, der in einer Blutlache liegt. Das Gesicht dieses Menschen liegt mit dem Kopf auf dem Boden. Sie kann nicht erkennen, um wen es sich da handelt. Wer es ist. Ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und sie ruft sofort die Polizei. Kurz darauf stellt sich heraus, dass es ein Mann ist, der dort auf dem Boden liegt. Und dass 20 Mal auf ihn eingestochen wurde. Zudem finden die Beamten eine Schnur, mit dem sein Hals zugeschnürt wurde. Die Polizei versucht herauszufinden, wer dieser tote Mann ist. Und das stellt sich als gar nicht so leicht heraus, denn er trägt weder ein Portemonnaie noch einen Ausweis bei sich. Darüber hinaus ist Sunbury eine sehr, sehr kleine Stadt. Die Menschen geraten schnell in Panik und so spricht es sich schon bald herum, dass dort ein toter Mann aufgefunden wurde. Die Leute fangen an zu quatschen und zu tratschen, zu spekulieren. Und das macht die Arbeit der Polizei nicht wirklich leichter. Dann findet die Polizei aber das Handy des Mannes. Und während sie versuchen, dieses Handy zu knacken, irgendwelche Codes einzugeben, erhalten sie plötzlich einen Anruf. Am Telefon ist Colleen LaFerreira und sie fragt nach ihrem Mann. Sie klingt besorgt. Sie erzählt, ihr Mann sei vergangene Nacht nicht nach Hause gekommen und fragt die Polizei nach möglichen Hinweisen zu seinem Verbleiben. Naja, und da stehen jetzt die Beamten, haben eine verzweifelte Ehefrau am Telefon, die ihren Mann nicht findet und einen toten Mann, der ihnen zu Füßen liegt. Und dass sie das dann miteinander verbinden, ist jetzt, glaube ich, keine Inspektor-Hercule-Poirot-Leistung. So fährt man dann also zu der Ehefrau, zu Colleen und lässt sich ihre Sicht der Dinge schildern. Sie erzählt von ihrem Ehemann Troy. Sie beschreibt einen sehr lieben Mann, einen Mann, der treu ist. Der Troy ist treu und der ein sehr ruhiges, unschuldiges und bürgerliches Leben führt. Das Einzige, was Colleen weiß zu dem Vorabend, ist, dass ihr Ehemann bei seiner Mutter Abend essen wollte. Und davon sei er dann nicht nach Hause gekommen. Und das sei so ein untypisches Verhalten für Troy. Er wäre ein sehr Heim. Ach, Kettensäge. Kurz gucken, wie laut die wird. Ach nee, ne? Ob die jetzt mal aufhören können, ne? Wozu braucht man eine Kettensäge, wenn man die Fassade runterreißt? Was passiert hier? Zurück zu Colleen. Sie beschreibt ihren Ehemann als einen sehr heimeligen Mensch. Also jemand, der nach der Arbeit schnell nach Hause kommt, um schnell wieder auf der Couch zu sitzen. Und deswegen fällt das eben sofort auf, als er abends nicht nach Hause kommt. Die Polizei versucht nun, Troy kennenzulernen. Und natürlich sind da die Beschreibungen seiner Ehefrau, die ihn über alles liebt und das Gute in ihm sieht. Aber die Polizei vermutet, dass es möglicherweise auch noch eine andere Seite dieses Mannes geben muss. Wo sucht man am besten nach einer verruchten Seite einer Person? Nach dem dunklen Geheimnis? Ja, die einen sagen jetzt in der Instagram-Follower-Liste, die anderen sagen in den E-Mail-Accounts oder im Zweithandy. Fun Fact, ich habe übrigens auch zwei Handynummern. Und ich weiß, das haben normalerweise entweder nur Leute, die eine miese Affäre am Laufen haben oder irgendwie Drogen verkaufen. Aber bei mir ist es einfach aus geschäftlichen Gründen. That's all. Aber das ist auch immer richtig lustig, weil meine Freunde, die haben sich kaputt gelacht, als sie das herausgefunden haben, dass ich zwei Nummern habe. Und die wollten dann auch wissen, welche krummen Dinger ich da drehe. Aber ich kann versprechen, das hat ganz, ganz harmlose Gründe. Die Polizei wird bei Troy dann aber sehr schnell fündig und das in seinem Laptop. Wo habt ihr eure dunklen Geheimnisse versteckt? Schreibt es mal in die Kommentare. Auf Troys Laptop findet man seinen Suchverlauf. Und im Suchverlauf findet man Craigslist. Eine Seite, vielleicht ähnlich wie eBay Kleinanzeigen, auf der man Anzeigen posten kann und auf diese dann reagieren kann. Und auf dieser Seite war er kurz vor seinem Tod noch unterwegs. Craigslist an sich ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Es kann sein, dass er dort einen Schreibtisch gesucht hat oder etwas verkaufen wollte. Aber anders als bei eBay Kleinanzeigen, soweit ich weiß zumindest, kann man bei Craigslist auch Sexanzeigen posten. Sexanzeigen. Sagt man das so? Also so Angebote halt. Man kann sich dort anbieten. Die Dienstleistung gegen Geld. Und das ist der Part, für den sich Troy auf Craigslist interessiert hat. Und das hat er gemacht mit acht verschiedenen E-Mail-Adressen. Mit denen ist er durch Craigslist gestöbert und hat dann die verschiedenen Anzeigen angeschrieben und mit denen gechattet. Troy hat mehrere Frauen kontaktiert, die auf Craigslist eben diese körperlichen Angebote angeboten haben und hat mit ihnen geschrieben. Sehr wahrscheinlich, dass Troy seiner Frau also fremdgegangen ist und das mehrfach. Die fällt aus allen Wolken. Ihr müsst euch vorstellen, gerade wurde ihr Mann tot aufgefunden und dann erfährt sie auch noch, dass er sie mit Prostituierten von Craigslist betrogen hat. Und das, obwohl sie in ihm so diesen absoluten Engel und Familienmensch gesehen hat. Die Polizei wird stutzig. Sie gehen mittlerweile davon aus, dass sein letztes Geschäft ihm das Leben gekostet hat. Und diese Vermutung wird durch Troys Telefondaten bestätigt. Am 11. November, also in der Nacht, in der Troy verschwunden ist, hat er noch einen Anruf getätigt. Die Nummer hat er zwar nicht eingespeichert, sie ist aber unter dem Namen Elliot Barber aufgelistet. Jedoch ist die Stimme auf dem Anrufbeantworter die einer Frau. Und ihr könnt es euch vorstellen, Troy hat eben diese Nummer angerufen, um sich mit der Frau zu treffen. Eine weitere Frau, die er über Craigslist ausfindig gemacht hat. Nachrichten zeigen auf, dass die beiden sich dazu verabredet haben, sich in Pennsylvania zu treffen. Genauer gesagt auf einem Parkplatz in Hummels Wharf. Die Polizei möchte ein bisschen mehr über diese Nummer herausfinden und die mögliche Person, die hinter der Nummer steckt. Und nach wenig Recherche finden sie heraus, dass über diese Telefonnummer ein Auto bestellt wurde. Also ein Auto ist mit der Telefonnummer verknüpft und das Auto gehört Miranda Barber. Miranda ist die Ehefrau von Elliot, von dem Mann, auf dem die Nummer registriert ist. Sie ist 19 Jahre alt, eigentlich mehr Teenager als Frau, aber bereits verheiratet und Mutter. Sie trägt eine Brille und hat wunderschöne, lange, lockige, braune Haare. Auf den ersten Blick wirkt sie unscheinbar. Man würde vielleicht über sie hinwegsehen, weil sie leicht gebückt da sitzt, eher wie ein graues Mäuschen aussieht. Wie jemand, der versucht irgendwie reinzupassen, sich zu verstecken, nicht anzuecken und in sich gekehrt ist. Miranda und Elliot sind erst seit wenig Wochen miteinander verheiratet, also seit 40 Tagen. Und erst vor kurzem nach Pennsylvania gezogen. Elliot ist jetzt der Stiefvater von Mirandas Tochter und zu dritt versuchen sie, ihr Familienglück aufzubauen. Miranda wird also sofort zur Polizeistation geladen und sie streitet alles ab und sagt aus, dass sie mit Elliot eh unterwegs gewesen sei. Sie habe mit ihm vom 9. bis zum 11. November in Harrisburg seinen Geburtstag gefeiert. Unter anderem waren die beiden wohl in einem Stripclub zusammen. Kurze Frage an euch. Ist das etwas, was ihr euch vorstellen könntet, mit eurem Partner zusammen in einen Stripclub zu gehen? Sagt ihr, ey, das ist total witzig, kann man mal machen? Oder sagt ihr, um Gottes Willen, das kann ich mir gar nicht vorstellen? Ähm, ich bin gespannt. Ab in die Gommies Summit. Miranda fährt fort. Sie sagt, sie würde das Opfer nicht kennen und von einem Mord wüsste sie es recht nichts. Man soll sie jetzt gehen lassen und nicht weiter belästigen. Die Polizei arbeitet im Hintergrund aber weiter und so finden sie bald das Videotape einer Überwachungskamera. Der Überwachungskamera auf dem Parkplatz in Hummelsworth und man sieht, wie Troy in seinem Auto anfährt. Er hält neben einem anderen Wagen an und steigt in dieses Auto ein. Aufzeichnungen von einem Supermarkt in der Nähe zeigen, wie Elliot nur zwei Stunden nach dieser Parkplatzsituation Reinigungsmittel und Bleichmittel kauft. Und so wird Miranda schon kurz darauf wieder von der Polizei befragt. Sie bleibt bei ihrer ursprünglichen Geschichte, doch die Polizei glaubt das schon lange nicht mehr. Sie wollen jetzt wissen, wie Troys Benutzerdaten denn auf ihr Handy gelangt sind. Woher haben sie die Nummer des toten Mannes? Und wenn man sich diese Befragung ansieht, dann bleibt sie zunächst ruhig und erklärt die Dinge gefasst. Irgendwann wird Miranda dann aber sehr ungeduldig. Sie hat ähnlich wie in der ersten Befragung schnell keine Lust mehr auf das Gespräch und rastet regelrecht aus. Zitat Ich habe das Recht, hier mit all meinen Habseligkeiten rauszulaufen. Was ich jetzt auch tun werde. Das ist nicht fair für mich überhaupt. Ich habe das Recht, zu weg und zu weg und zu weg und zu weg und zu weg mit all meinen Befragungen, was ich werde tun. Ich fühle mich gerade sehr beleidigt und gekränkt. Ich brauche meine Telefonnummern. Ich habe diesen Mann nicht umgebracht. Ich habe ihn nie in meinem Leben überhaupt erst kennengelernt. Ich bin eine alleinerziehende Mutter. Ich habe gerade erst geheiratet. Sie kommen hier in mein Leben und befragen mich. Ich fühle mich sehr angegriffen. Ich habe gerade geheiratet. Ihr seid in meinem Leben gekommen, mich zu fragen. Ich bin sehr verabschiedet. Ich möchte zu meiner Tochter. Als die Beamten sie dann festhalten, fängt sie an zu schreien. Fassen Sie mich nicht an. Ich verlange, dass sie mich in Ruhe lassen. Ich habe nichts gemacht. Hören Sie auf damit. Ihr Ehemann Elliot wird eine Woche später ebenfalls befragt. Auch er weiß wohl nichts von einem Mord. Er gibt aber an, dass seine Frau sich regelmäßig mit Männern aus dem Internet für, Zitat, nette und aufreizende Konversationen trifft. Ich weiß nicht, ob Sie jemals Filme gesehen haben, in denen Männer zu Prostituierten gehen, sagt er. Aber letzten Endes brechen sie nur zusammen und weinen und erzählen von ihren Problemen. Im Endeffekt sitzt die Prostituierte nur da, feilt ihre Nägel und wird dafür bezahlt, ihrem Klienten zuzuhören. Das macht Miranda. Ich weiß nicht, ob Sie noch nie gesehen haben, wie ein Mann in einen Krieg geht und er ist wirklich über Sex mit ihr. Er versucht die ganze Sache also herunterzuspielen und zu verharmlosen. Als würde Miranda so eine Art Therapie verkaufen. Aber auch davon sind die Beamten nur wenig beeindruckt. Sie beharren darauf, dass Miranda sich ja nachweislich in der Todesnacht mit Troy getroffen hat. Elliot sagt daraufhin nur, wirklich? Das ist aber abgefuckt. Wie es aussieht, wartet ein unangenehmes Gespräch auf mich, wenn ich nach Hause komme. Und dann wird er nach Hause gelassen. Was genau die beiden miteinander besprochen haben, werden wir wohl nie erfahren. Aber Stunden später erscheint Miranda plötzlich wieder bei der Polizeistation. Und sie gesteht. Sie erzählt, das Ganze sei Notwehr gewesen, sie habe keine andere Wahl gehabt. Aber sie gesteht den Mord an Troy. Ich habe immer drei Messer in meinem Auto. Ich habe einfach eins gegriffen und auf ihn eingestochen. Doch das hat nichts geändert. Er hat weitergemacht. Also habe ich weiter auf ihn eingestochen. Aber die Geschichte passt vorne und hinten nicht zusammen. Was soll Troy gemacht haben? Was genau soll da passiert sein? Und so knöpft sich die Polizei dann noch einmal Elliot vor. Und der sagt nun, sie hat ihn auf diesen Parkplatz gelockt, in dem sie ihm Sex angeboten hat. Doch das war nie die Absicht. Die einzige Absicht, die wir hatten, war die, ihn umzubringen. Ja, ich wusste, dass sie ihn treffen würde. Ja, ich war da. Wir haben einfach beschlossen, jemanden umzubringen. Es gab keinen anderen Grund als diesen. Folgendermaßen soll das Ganze abgelaufen sein. Am 11. November lernte das Paar Troy auf Craigslist kennen. Miranda bot dort in einer Anzeige für 100 Dollar Sex an. Diese Anzeige sei aber von Anfang an eine Falle gewesen. Sie wollten nur irgendeinen Kerl finden, den sie dann umbringen konnten. Und Troy bis an. Er verabredete sich mit Miranda, war bereit, die 100 Dollar zu zahlen und erschien auf dem dunklen Parkplatz. Elliot hatte sich währenddessen auf die Rückbank gelegt. Er war in eine Decke eingemummelt, sodass man ihn nicht sehen konnte. Bereit, Troy anzugreifen. Miranda und Elliot hatten ein Codewort miteinander ausgemacht. Hast du die Sterne heute Abend gesehen? Das war das Zeichen für Elliot, Troy von hinten dann anzugreifen. Und genau das tat er. Miranda sagte die Worte, hast du die Sterne heute Abend gesehen? Und Elliot sprang hinten auf, wickelte die Schnur um Troys Hals und erwürgte ihn von hinten. Währenddessen stach Miranda unerlässlich auf den Mann ein. Die beiden deponierten den leblosen Körper von Troy dann in einem Hinterhof in Sunbury, ungefähr sechs Meilen von diesem dunklen Parkplatz entfernt. Dann kauften sie Bleichmittel und Reinigungsmittel für ihr Auto und gingen dann etwas essen. Diese Tat ist absolut abscheulich, es ist gruselig, es ist einfach fies. Für alle Beteiligten, für die Frau von Troy, die jetzt als Witwe dort sitzt, gerade herausgefunden hat, dass ihr Mann sie betrügt und dass sie nun keinen Mann mehr hat, dass sie niemals mit ihm zu einer Aussprache kommen kann. Ich dachte die ganze Zeit, die Arme wird niemals mit ihm zu einer Aussprache kommen. Sie wird niemals erfahren, warum er sie so hintergangen hat. Und all diese Fragen werden für sie nun ungeklärt bleiben. Und auch Troy, der so hinterlistig ermordet wurde. Aber bislang ist der Fall einer, den man so schon tausendfach gehört hat. Ein blutrünstiges Pärchen, die da etwas gemeinsam erleben wollen, die ihr Bewusstsein erweitern wollen und denken, dass ein Mord dafür genau richtig wäre. Jedoch ist Miranda mehr als das. Sie ist berüchtigt. Aber warum? Nach der Verhaftung kommt Miranda ins Reden und sie gibt den Reportern, der Presse, den Gefängniswärtern und allen, die es hören wollen, tiefe Einblicke in ihr Leben preis. Sie erzählt von einer schockierenden Vergangenheit und erwähnt fast nebensächlich, dass sie 22 Menschen ermordet hat. Ihr dürft nicht vergessen, dass Miranda gerade mal 19 Jahre alt ist und von außen aussieht wie ein nettes Mädel, was mit einem irgendwie in den Geschichtslk geht. Miranda erzählt, Mein Leben änderte sich, als ich 12 Jahre alt war. Ich wurde Teil einer Gang, nahm Drogen und schwänzte die Schule. Die Gang, zu der ich gehörte, basierte auf Satanismus. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass etwas in mir schlummert. Ich weiß, es ist schlimm, aber ich weiß auch, dass es eines Tages außer Kontrolle geraten wird. Das ist nicht das erste Mal, dass ich getötet habe. Wie viele? Wenn ich raten muss? Pfff. Ich habe aufgehört zu zählen, als es 22 waren. Aber ist das wahr? Ist Miranda eine der grausamsten Serienmörderinnen Amerikas? Mirandas Vergangenheit ist wirklich schrecklich. So wird sie als kleines Kind schon von ihrem Onkel missbraucht. Von diesem Trauma scheint sie sich nie erholt zu haben. Ihr Onkel ist übrigens im Gefängnis gelandet, ebenfalls wegen Missbrauchs in einem anderen Fall. Bevor sie Teenager wird, ist Miranda schon heroinabhängig. Im Alter von gerade mal zwölf Jahren läuft sie von zu Hause weg und kehrt irgendwann dann wieder und gesteht, dass sie sich prostituiert hat. Sie sei ein Verhältnis mit einem 25 Jahre alten Mann eingegangen und er habe sie dann misshandelt und seinen Namen in ihrer Haut eingeritzt. Mirandas Familie erzählt, dass sie immer versucht haben, ihr zu helfen. Miranda ging ihre ganze Kindheit und Jugend in Einrichtungen für Depressionen, Abhängigkeit und Selbstverletzungszentren ein und aus. Irgendwann findet Miranda dann eine zweite Familie. Doch der Schein trügt, denn diese Gruppe von Menschen meint es nicht unbedingt gut. Das Ganze stellt sich als Kult heraus. Und wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, wie gefährlich solche Gruppierungen werden können, gerade für Menschen, die sonst niemanden haben. Die niemanden haben, der aufpasst, was man da genau treibt, wie viel Geld und Energie man da lässt und wie sehr man sich für diesen Kult oder diese Sekte dann aufopfert. Und im Fall von Miranda ist das ein satanistischer Glaubenskult und der habe dann von Miranda auch eingefordert, dass sie tötet. Miranda erzählt eindrücklich, wie ein Mann aus dieser Sekte sie dazu gezwungen hat, jemanden zu erschießen und sie konnte es nicht und er habe sich hinter sie gestellt und dann ihr beim Abschuss geholfen und das habe für sie alles verändert. Von dem Moment an sei sie wie besessen gewesen vom Tod, von diesem Kult, vom Satanismus und konnte nicht mehr aufhören zu töten. Im Alter von 16 Jahren wird Miranda dann schwanger. Jetzt wird es ein bisschen wild, denn sie verlässt den Vater des Kindes und trifft dann auf Elliot, den sie ja dann später heiratet. Der ist aber gerade selber noch in einer Beziehung, ebenfalls mit einer schwangeren Dame. Die verlässt er dann für Miranda. Ja, richtiges Dreiecks-Vieiecks-Ding, aber Miranda und Elliot kommen am Ende zusammen und heiraten. Beide kämpfen mit dem Drogenkonsum, beide kommen aus so einer Satanismus-Ecke und beide wünschen sich einen Neuanfang. Und so heiraten die beiden dann in Dunn, North Carolina und ziehen dann rüber nach Pennsylvania. Miranda erzählt, dass Elliot und sie dann beschlossen hatten, jemanden zu töten, um ihre Hochzeit zu feiern und richtig was zu spüren. Und ihr erster Mord sei es aber nicht gewesen, denn sie habe ja Minimum 22 weitere Menschen bereits getötet. Sie kann auf Karten zeigen, wo sie Körper verscharrt haben will, wo sie Leute getötet hat. Und sie ist sehr freigiebig mit diesen Informationen. Sie erzählt gerne davon und die meisten Morde habe sie in Alaska verübt. Immer wieder betont sie, dass es alles aber schlechte Menschen gewesen seien. Menschen mit Dreck am Stecken. So habe auch Troy seinen Tod verdient. Denn Miranda hatte sich in der Craigslist-Anzeige als 16-jähriges Mädchen ausgegeben. Und Troy war trotzdem bereit, sie für Sex zu bezahlen. So seien die meisten von Mirandas Opfer Männer gewesen. Es habe aber auch eine Frau unter den Mordopfern gegeben. Die soll Kinder zur Prostitution gezwungen haben und deswegen den Tod verdient haben. So bezeichnet Miranda sich selbst als Real-Life-Dexter. Ich habe Dexter nicht geguckt, aber alle, die es gesehen haben, meinten so, okay, das passt. Und das war wohl auch Mirandas Lieblingsserie. Sie hat sich selbst als wen bezeichnet, der im Auftrag der Gerechtigkeit tötet. Die Polizei ist damit endlos überfordert. Die denken sich, ach du meine Güte, haben wir jetzt hier wirklich so Eileen Warners aus den 2000ern gefunden? Ist sie die nächste? Eine Frau, die sich rächtet, die für die Gerechtigkeit andere tötet? Finde ich erstmal schwer, weil das Leben ist nicht schwarz-weiß. Also natürlich gibt es Menschen, bei denen man sich denkt, boah, wenn du dir heute den kleinen Zeh aber mal so richtig stößt, das tut mir dann gar nicht leid, das hast du verdient. Aber es ist immer schwer zu sagen, dass irgendwer irgendwas Schlechtes verdient hat, weil man kennt ja meistens nie die ganze Geschichte. Also wisst ihr, was ich meine? Wer sagt, was böse und was gut ist? Da so Gott spielen zu wollen, finde ich schwierig. Was ist eure Meinung? Auf jeden Fall ist die Polizei erstmal gestresst. Sie glauben, okay, wir müssen all diese Fälle recherchieren. Wir müssen herausfinden, was dahinter steckt. Auf der anderen Seite sind sie aber auch sehr misstrauisch. Denn in den Befragungen von Miranda haben sie ja schon herausgefunden, dass diese Frau dazu fähig ist, sehr schnell Geschichten zu erfinden. Sie kann Fakten umdrehen, sie kann Dinge neu formulieren, sich plötzlich aufregen. All das hat sie echt gemeistert. Und so nimmt sich das FBI dann den Fall an und auch die fangen an zu recherchieren und kommen schon bald darauf, dass viele der Morde gar nicht so stattgefunden haben können, wie Miranda es erzählt hat. So passen zum Beispiel die Wohnorte nicht zum Tathergang oder Miranda war zum Tatzeitpunkt ganz woanders unterwegs. Und die fraglichen Personen wurden auch nie als vermisst gemeldet. Miranda und Elliot sind aber der festen Überzeugung, dass das alles so stimmt. Und sie sagen, das würde an einem Dämonen liegen, der in Miranda lebt. Und dieser Dämon heißt Super Miranda. Sowas wie der Anti-Held. Nicht Superman, sondern Super Miranda. Und der will dann töten. Ja, und das ist so schwer zu beurteilen, ob die jetzt wirklich daran glauben, ob das Teil einer Show ist. Und Fakt ist auf jeden Fall, dass Miranda immer zwei Fläschchen vom Sperma ihres Ehemannes bei sich trägt, um mit denen dann spontane Rituale abzuhalten. Da dachte ich mir, interessant. Was sagt Mirandas Familie? Die halten sie erstmal für eine notorische Lügnerin und reden auch so über sie. Es gibt Interviews bei Dr. Phil. Mutter und Schwester von Miranda erzählen dort, dass Miranda oft Aufmerksamkeit wollte und dass sie eigentlich immer alles bekam, wenn sie andere manipulierte oder denen Geschichten auftischte. So hat Miranda schon als junge Frau, als Kind Geschichten erzählt. Sie hat einmal von einer Abtreibung berichtet, die im Kult durchgeführt wurde. Im Krankenhaus konnten die Ärzte aber keinerlei Hinweise in diese Richtung feststellen. Auch der Fakt, dass Miranda erst davon gesprochen hat, Troy habe versucht, sie zu überfallen und das Ganze sei Notwehr gewesen, war ja schlechthin einfach gelogen. Miranda und Elliot zeigen keine Spur von Schuldbewusstsein. Und so werden sie dann zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Miranda verliert das Sorgerecht für ihre Tochter. Die wird jetzt von einem Onkel großgezogen, aber nicht von dem Onkel, der im Knast sitzt. Das ist klar. Man erzählt, dass Miranda auch im Gefängnis mit ihren Lügen weitermacht. Dass sie dort Geschichten erzählen würde, um sich einen Vorteil bei den Gefängniswärterinnen irgendwie einzuhalmsen. Das würde aber nicht so richtig passieren, denn da weiß man schon, wie Miranda tickt und lässt sich nicht ums Licht führen. Am Licht vorbeiführen. Ums Licht führen, oder? Hinters Licht führen. Ums Licht. Ob Miranda die Morde nun begangen hat oder nicht, das ist noch nicht so hundertprozentig klar. Das FBI sieht aber keine Anhaltspunkte dafür, konnte nichts in die Richtung hin beweisen. Und deswegen glaube ich, dass die Morde eher Mirandas Fantasie entsprungen sind. Auf der anderen Seite war sie bereit, Troy zu töten. Einen superbrutalen Mord einfach so mit ihrem Ehemann zu planen. Als Hochzeitsgeschenk. Und das ist so makaber, dass ich doch irgendwie das Gefühl habe, dass etwas in Mirandas Vergangenheit gelaufen ist. Weil du wachst doch nicht einfach morgens auf und denkst dir, boah, heute ist der Tag. Heute werde ich mal jemanden richtig brutal. War da was? Ist da was in Alaska passiert? Ist da was, was die Polizei vielleicht nicht auf dem Schirm hatte? Das werden wir wohl nie erfahren. Aber ich fand den Fall einfach so krass, weil so viel auf einmal gekommen ist und man gar nicht wusste, was richtig ist, was falsch ist. Und ich glaube, dass einige der Beteiligten nach wie vor verwirrt sind und Miranda auf jeden Fall null über den Weg trauen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Fallvorschläge gerne mal hier unten in die Kommentare oder an mich auf Instagram senden. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüdelü. Tschüdelü. Bis zum nächsten Mal.